Hallo, ich bin Max Silbernagel, Selbstvertreter für Menschen mit physischen Beeinträchtigungen im Südtiroler Monitoring-Ausschuss. Während der Corona-Krise haben sich viele Leute mit physischen Beeinträchtigungen schwergetan, weil ihnen der Kontakt gefehlt hat und sie sich schwergetan haben mit den digitalen Hilfsmitteln. Und für viele war es auch ein Problem, weil sie die Büros zu hatten und weil sie es gewohnt waren, diese zu benutzen. Und eben die Büros und die Werkstätten und so haben alle zu gehabt und sie waren es einfach gewohnt und konnten sich nur schwer umstellen.